willkommen zu einem neuen video und das hier ist mein 2k special ihr seht das bett wow 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 das alles wurde von z hype gemacht bitte schaut bei mir vorbei er hat jetzt auf die 1k geknackt ich habe so ein video gecallt ich bin gerade nach hause gekommen habe gerade gestreamt habe mich nicht eingespielt natürlich juckt ja auch niemanden aber immer rechtfertigen und ja das hier sind die blöcke von dem pack ich liebe das pack das ist ein mix pack plus der selbst gepixelten sachen aus dem bw zeug halt ihr kennt das von z teils und mix als auch zusammen und da kommen immer geile packs also unbedingt bei ihm vorbeischauen wir richtig geile packs oder halt richtig gar nicht bewegen wie es mag und warum baut er sich nicht weiter i don't know next quest schon das eisen und das brosse ist sehr gut und schlicht gehalten hat so einen schönen verlauf sieht halt echt aus und ja das war ja schon respekt vor allem jetzt auf diese pinke outline von diesen ganzen items plastic ist aber ich glaube ich also ich habe mir ja sagen lassen der hat schon mal irgendwo existiert hat größer an die person das ist echt ein geiles stöckchen würde ich mal behaupten und es ist alles so ein bisschen wieder gehalten passt auch zu meinem skin ich feiere es generell und das pack ist einfach gelungen und man sollte sich auf jeden fall mal können leute downloadet euch doch worauf fahrt ihr denn und gleich kommt noch mal eine runde auf revie da wechsel ich ja mal account da ich da nicht auf stats spielen und die artikel haben auch gesehen die waren so ein bisschen lila wow 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 ich liebe einfach dieses pack und der dealer ist steve ich weiß nicht wieso aber ich denke mal das interessiert nicht so viele ja sonst hier was kann ich noch sagen die der der die das das tt ist pink und das korbo app das kann ich euch gleich mal zeigen und entstand sie extrem geil aus ich meine leute was gönnt euch einfach dieses pack das ist in der video beschreibung plus die seite von z1 die rp24 seite ist alles in der beschreibung verlinkt einfach mal unten rein klicken und gönnt euch auf jeden fall das ist echt wert so mal eben die einsteinblöcke hier gemacht um um das auch zu selten ich feiere wie gesagt dieses pack ab normal ich spiele damit so oft die warten ist einfach heftig und auf jeden fall noch mal danke für die ganzen leute die mich tagtäglich supporten auf einem plattform twitter die feuerstein youtube ihr kennst und das ist auch generell einfach alles geil von diesem pack ich weiß jetzt auch ganz viel wie man das haten kann das inventory habe ich noch gar nicht gezeigt das ist wie das bett und die anderen blöcke von der farbe her und das ist ich glaube dass es selbst gemacht dass es von die lieben jakob ab glaube ich von jakob genau und ich feiere das pack einfach ab normal gönnt euch auf jeden fall und gönnt euch mal die anderen tps von z1 auch weil der macht halt daily uploads und das halt richtig heftig ich hole mir mal eben ein kopf ab um es euch zu demonstrieren und zwar bin ich jetzt einfach mal auf grün auf jeden fall kam das ankommt wie auch sehr gut an hat 100 likes und drei desfacts oder so gab wo ich mal geguckt habe ja auf jeden fall riesen dankeschön an diesen ganzen krasse support und da ist jetzt einer und er baut sich ein perfekt auch wieder sich bewegt und so und dass er mich mit einem schlag runter boxen ich mich voll wie lange will das jetzt noch dauern ja direkt auf jeden fall habe ich eben an seinen knockback gesehen aber gut ist er tot und hat er verdient ich würde sagen gut game was ok damit haben wir wohl die runde gewonnen ich dachte irgendwer hatte noch wett ich habe dumm kommentiert und gespielt ich hoffe es hat euch einfach gefallen wenn ja dann das natürlich einen leckeren like da und das war richtig geil und ja ich würde sagen nächsten freitag stream und sonst gibt es jeden zweiten tag 14 uhr video und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal dran und tschüss 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 äh kürstchen rechts kürstchen links zack bam bam skidip bap bap